Wir haben heute wieder eine kleine Wurfübung für euch mitgebracht. Wir dribbeln wieder im Kreis, passen unserem Partner, der mitläuft, den Ball und der wirft an. Leo und ich machen das einmal vor. Ganz wichtig ist, ihr macht immer einen Bodenpass und nach einem Wurf tauscht ihr dann den, der dribbelt und ihr tauscht auch den Werfer. Ihr macht insgesamt 10 Würfel, Leo und ich machen jetzt noch 4, das heißt jeder 2. Viel Spaß dabei, ganz wichtig ist, ihr könnt zwischendurch auf eure Pässe variieren, das heißt durch die Beine hinterm Rücken passen, wie ihr wollt. Wenn ihr mal zu weit weg seid und gerne näher dran wollt, dann könnt ihr auch einmal dribbeln und dann werfen. Wir sind jetzt fertig, viel Spaß dabei, bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.